Julian Brandt, Goretzka und Musiala. Was meinst du, wer von denen den höchsten Bodycount hat und warum? Ich glaube Julian Brandt. Julian Brandt, war das schon in deinen DMs? Nein, noch nicht. Welcher Wustballer war denn schon mal in deinen DMs? Anbaugsbuchstabe rein. CK. CK. Links neben dir. Links neben mir. Wie ist es so in deinem Liebesleben? Läuft gut? Alles entspannt. Alles entspannt, ja. Gleitest du manchmal irgendwie rein in die DMs? Nee. Welcher Wustballer war denn schon mal in deinen DMs? Links neben dir. Links neben mir. Da bin ich ja, also ich werde nie rot, aber da bin ich ja fast rot.